hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video welcome and welcome back on my channel wir machen heute noch mal die dali blume diesmal mache ich in zwei farben nicht mehr nur diese eine grüne sondern wir nehmen diesmal ein dunkles lila hier habe ich mir von laura's art corner ein ganz bisschen von dem wie heißt es white plumeria oder so von ihrem neuen das ist mehr so ein glitzer pigment kein richtiges mica das ist ein goldschimmer weiß goldschimmer den habe ich mir da ein ganz bisschen reingemischt für den extra spakel und damit fangen wir an dann habe ich ein dunkleres pink und wie ihr sehen könnt ein ganz helles pink so we are doing the dali flower again and this time as i mentioned in my last video i like more colors two colors better than just one i mixed up a really dark purple a dark pink and a light pink and in this dark purple i added just a tiny tiny bit of laura's new mica powder i think the name was white plumeria also and but just a tiny bit just for the extra sparkle and now i'm just pouring in my colors the darker purple on the outside then the stronger darker pink and then the light pink also ich gieße jetzt im grund am erst wie ihr sehen könnt das dunkle lila außen dann das kräftigere pink daneben fülle mit ein bisschen von dem hellen pink auf das helle pink das sieht in dem becher sehr dunkel aus ist aber wirklich fast transparent also fast klar sozusagen das ist nur ein hauch von so this light pink it looks darker in my cup but it's really really light pink um just fill this up and now we can pour the white by the way just to let you know my respirator you have to change the filters and my filters are too old i realized this today when i started pouring i cannot breathe anymore there is really no way to get air inside this mask so i'm sitting in front of an open window and i am desperately waiting for my new filters to arrive just to let you know that please wear a mask i always do i just need new filters so my window is open also nur damit ihr einmal bescheid wisst bei diesen masken die man trägt sind ja diese filter drin und diese filter muss man in regelmäßigen abständen wechseln wenn die zu alt sind dann kriegt man keine luft mehr durch die machen dicht meine filter sind zu alt ich kann dadurch nicht mehr atmen ich krieg kein bisschen luft rein gesaugt und dementsprechend habe ich direkt neue filter bestellt die sind aber noch nicht da deswegen sitze ich jetzt quasi vom offenen fenster es ist ja gott sei dank vom wetter bei uns gerade ein bisschen schöner ich habe mein fenster ich habe direkt vor meinem arbeitsplatz habe ich ein großes fenster sind doppelfenster das habe ich jetzt aufgemacht und da sitze ich vor nur damit ihr bescheid wisst und nicht irgendein kommentar kommt wie du trägst aber keine maske ich trage immer maske nur meine filter sind durch wie gesagt das nur so als kleine rand info und ich hoffe dass die in den nächsten tagen ankommen so ich gieße mein weiß wieder in dieser spirale wie das im letzten video auch schon gesehen habt ich habe noch ein bisschen extra gehabt das mache ich auch noch rein und dann machen wir wieder die blume so i'm just pouring in my white the same way i did in my last video now i'm taking my dotting tool and designing my my flower from the outside towards the inside and then from the inside towards the outside pretty simple pretty quick also meine blume wie immer von außen nach innen und jetzt einmal von innen nach außen das ist super schnell super einfach und dann gießen wir das ganze mit dem hellrosa mit dem ganz leichten rosa gießen wir das ganze auf so after designing the flower i just go in with my light pink and just fill up my mold so für die mitte nehme ich diesmal von lauras art corner princess cinderella das habt ihr im letzten video vielleicht schon gesehen mit der blume das ist ein hellrosa bläulicher glitzer super super schön und da ich ja hier in der blume diesem bereich lila rosa bin dachte ich passt der super einfacher habt ihr es übrigens wenn ihr euch den glitzer mit ein ganz bisschen harz anmischt das habe ich verpennt der schwimmt natürlich ziemlich oben und muss da man muss da etwas rumpulen um den runter zu kriegen also am besten mischt euch das ganze in ein bisschen harz und dann könnt ihr es reingießen ist ein bisschen einfacher so the glitter i'm using is from lauras art corner princess cinderella if you don't have it get it it's gorgeous it's this light pink light blue light purple shimmer chunky glitter it's just amazing if you pour it or if you want to put this into your mold mix the glitter with a tiny bit of resin it makes life much easier because this glitter kind of floats and you have to push it down so it's easier to mix it into a little bit of resin and then pour it into your center just it works both ways but it's easier okay so now we are ready with the flower and i will see you for the molding so wir sind fertig mit der blume und ja ich sehe euch beim entformen so es ist der nächste tag it's the next day wenn das mal immer so schnell gehen würde ne wir können entformen und ich bin aufs ergebnis natürlich gespannt also ich kenne es jetzt schon aber ich bin immer sehr gespannt was daraus geworden ist so i'm really curious i mean i know the result but i'm always curious about the molding and i just love it i love it ich liebe es ich hoffe es hat euch gefallen hinterlasst mir gerne einen daumen hoch abonniert meinen kanal und wir sehen uns im nächsten video so i hope you like it leave me a thumbs up subscribe to my channel and i will see you in the next video bye bye danke fürs zuschauen thank you for watching